Seid herzlichst gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern zum tollen Spiel Indiana Jones, muss man wirklich mal, wunderschönes Spiel, muss man mal sagen. Ich habe es jetzt geschafft drei Säulen zu sprengen und frag mich jetzt nicht wie, aber ja, drei Säulen habe ich gesprengt und die links, ganz links fehlt noch anscheinend, oder? Die links fehlt noch. Die drei sind schon angeknackst, oder? Und die fehlten, die linke fehlt noch. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass ich das jetzt hinkriege. Schauen wir mal. Jetzt warte, jetzt müssen wir warten, bis keine Quallen kommen, oder? Warte. Warte. Jetzt sollen die weggehen. So, jetzt geh ich mal rein. Und jetzt, warte, komm, tu das Ding. Ah, nee, ich brauchte, warte, ah, jetzt ist wieder die Decksäure gekommen. Jetzt warte, so, jetzt müssen wir die Finger abschießen. Und, und jetzt, warte, habe ich keine Waffe, keine Ding mehr. Nee. Ah, jetzt habe ich wieder keine, keine Munition mehr. Ah, jetzt habe ich keine, ah, scheiße. Jetzt warte, da liegt eine, oder? Warte. Äh, da ist keine mehr. Ah, komm. Da ist eine, komm. Jetzt. Ah, komm. So, und jetzt auf das Ding ziehen. Nee, warte, wenn alle fallen wechseln. Oh, scheiße, jetzt geht mal wieder die Musik zurück. Jetzt, jetzt geht er weg, oder? Warte. Jetzt, nee, ich gehe weg. Ah, jetzt bin ich tot. Ach, du scheiße. Ach, komm, jetzt hätte ich drei, jetzt kann ich alle wieder von vorne anfangen. Scheiße, jetzt habe ich nicht geachtet auf die, auf die Luftanzeige. Ich dachte, der hat gegurgelt. Der hat gegurgelt, dachte ich. Ja, 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 komm, einfach mal. Äh, naja, gut, probieren wir es so. Ja, so, ich schlafe mal nicht, Freunde. Ja, so, ich schlafe mal nicht, Freunde. Ja, wir müssen auftreten. Ich hoffe, du musst sogar da in die Mitte ziehen. Hä? Ah, es kommt nicht wieder? Warte. Da können wir gleich den München auch was nehmen. Komm? Ah, ich habe keine Lust mehr. Ah! Es ist ... Jetzt kommen die da. Ah, nee. Einen haben wir jetzt, oder? Wo ist denn die Dreckswaffe wieder? Ah komm, die muss ich jetzt wieder... Ah, jetzt komme ich da wieder drunter. Ah ne, das ist so... Ich mag nicht mehr, weil jetzt hatte ich drei, hatte ich schon. Hätte ich da auf die Luft geachtet, ich mag nicht mehr. Du kannst mir jetzt eine Stunde zuschauen, wenn du ausser du hast, du hast es anders zu tun. Ich muss da durch. Das ist ein Scheißspiel, das ist echt ein Scheißspiel. Aber, na gut, das ist ein Scheißspiel. Na gut, schau her, weil man kann ja einen speichern. Nimmst halt den anderen Dreck meistens ein Vollidiot, das kann man nicht mehr sagen. Ich muss die 20 mal abschießen, oder? Oder? 20 mal abschießen. Und dann auf die Augen schießen, die trifft keine Sau. So. Äh... Gefallen. Jetzt geht er weg, oder? Jetzt muss ich zwei Ladungen hinpappen. Und die nächste auch gleich, wenn man das machen könnte. Nehmen wir die gleich, komm. Peng. Und zwei. Und jetzt sind sie weg. Bin ich tot? Äh... Wo bin ich denn? Jetzt kommt der wieder. Ich bin tot. Ich bin tot. Äh... Aus, aus, aus. Jetzt brauche ich noch mal zwei Sprengladungen. Ja, wenn man gut ist, dann macht man gleich zwei auf einmal. Na, nicht mich selbst. Und jetzt habe ich aber keine Mission mehr. Gut, jetzt haben wir zwei. Welche haben wir da? Scheiße. Die vorderen zwei, oder? Haben wir jetzt die vorderen zwei, oder? Habt ihr? Ne. Oh, komm. Ähm... Ich hab die linke, die ganz linke, oder? Und die... die rechte, oder? Ne. Hä? Die ganz rechte fehlt noch. Und die... die ganz rechte und die vordere linke. Ne, ne, ne. Na gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Hab ich alles, gell? Ja. Oder? So, jetzt gehen wir rein. Jetzt brauche ich... Muss ich schnell die... Drecks... Papine. Ah, komm. Aha, ja, gut. Irgendwann hat man's... Was heißt, hat man's raus? Hat man's raus? Ist übertrieben. Aber... Äh... Aber man... Also... Irgendwann... Sollte man es... Kapiert haben. Alter, jetzt hab ich wieder keine Luft mehr. Ah, komm. So, jetzt... 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 Jetzt haut er wieder ab. Komm. Jetzt sollen wir die andere auch noch kriegen. Dann ist aber Ende, oder? Komm. Hau hin. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt haben wir's, oder? Ne, glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Ah! Ah, sonst kommt der nochmal. Ne. Jetzt ist aber Ende. Ne ich sag jetzt nicht, dass ich's hab. Das sagt das jetzt nicht. Speichern. Speichern. Ähm. 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 na gut, jetzt kann aber nicht mehr viel passieren, oder? Jetzt musst du das Ding holen. Speichern! Hörst du das Geräusch? Dieses Felsen, das ist aus Original, dem alten Indy, oder? Das war Original, das Felsengeknirsche aus dem... So, jetzt machen wir drei Stunden Pause. Gedenksekunde, Minute, Stunde. Gedenksekunde, also immer erst ballern, bis man ganz allein im Wasser ist, dann um die Säulen kümmern. Endlich sind alle Säulen explodiert und fallen um. Punkt. Ah, komm mal, denn das Wasser läuft ab. Ist das Wasser weggefährt in der Mitte, das sehnte Fragment hoch? Dann haben wir es jetzt. Hut nicht vergessen. Wo liegt der Drexhut? Haben wir nicht. Wir haben keinen Hut, jetzt gehe ich da extra noch drauf. Ach komm, der ist doch dahinter. Wo ist denn jetzt sein Drexhut? Ne, geht auch ohne Hut. Jetzt musst du das Ding holen, jetzt stürze ich da noch ab, das weiß ich. Kann man da abstürzen? Gut, müssen wir im Kalender ansteigen, wir haben das schöne Spiel. Kommt da noch so ein Gegner? Also in dem Spiel, meine ich, kommt da noch so ein blöder geworden jetzt sein Hut. Und, na gut, und jetzt nehme ich das Ding, oder? Ach komm. Auch ohne Hut. Ah. Das war sehr beeindruckend, Dr. Jones. Jetzt kann ich es gar nicht sagen. Schluss damit, Schätzchen. Ich habe, was Sie wollten. Und jetzt sagen Sie mir, was hier los ist. Warum haben Sie und Kai mir die Deutschen verschwiegen? Der Mann, den Sie als Marschall Kai kennen, ist nicht der, für den Sie ihn halten. Kai Tichang ist nicht nur ein normaler Offizier, sondern auch der Anführer der Schwarzen Drachen, einer der mächtigsten Triaden Chinas. Er macht mit den Deutschen gemeinsame Sache, um das Herz des Drachens zu finden. Dann sind Sie vermutlich auch nicht seine Sekretärin. Ich unterstütze die chinesische Regierung bei der Überwachung der Schwarzen Drachen. Ursprünglich wollte ich selbst verhindern, dass Kai das Herz findet. Aber dann haben Sie alles noch komplizierter gemacht. Wie das? Als Sie den ersten Teil des Spiegels gefunden haben, witterte Kai seine Chance. Er will die Deutschen übergehen und das Herz selbst behalten. Er ist so verrückt wie die Deutschen. Und genau deswegen müssen wir das Herz vor Kai oder den Deutschen aus der Grabkammer holen. Warum sollte ich Ihnen trauen? Erstens hätte ich Sie problemlos den Deutschen überlassen können. Und zweitens... Hä? Was war jetzt? Entschuldige, ich habe gerade nicht zugeschaut. Ich schaue gerade E-Mails an. Also, wie sieht Ihr Plan aus? Folgendermaßen. Wir fliegen nach Hongkong. Dort treffen wir uns mit einem Schmuggler, der uns zu Kais Festung bringt. Hört sich gut an. Gehen wir. Sorgenhaft. Ende? Warte, ich habe gerade E-Mails angeschaut. Ich bin ein bisschen heiser. Ich werde jetzt schon wieder ein U-Stand-Bombo nehmen. Vieler Restaurant. So. Tatsächlich. Tja, das ist wie in Legend. Tun heute der Legend. Huch, da sind alle Waffen am Hücken. Also, die Cheats funktionieren nicht. Na gut, warte, dass wir das mal so dahingestellt sein lassen. Lass sie. Und, wo ist jetzt Ihr Schmugglerfreund? Oh Han hat mir schon öfter geholfen. Er wird kommen. Und er bringt uns zu Kais Festung? Ja. Dort holen wir uns die Teile des Spiegels und den Pa Chang. Den Pa was? Wenn Sie erst einmal in Qin's Grabkammer sind, werden Sie ihn brauchen. Es gibt Schlimmeres als die Deutschen. Großartig. Irgendwas ist hier faul. Warten Sie. Tolles Timing. Danke. Von dem Gentleman auf Balkon Nummer 2, Sir. Genießt Sie die Vorstellung, Dr. Charles. Der schaut aber genauso aus wie der aus Legend. To greater Legend. Ach, du Scheiße. Jetzt muss man gar kämpfen, oder? Na ja. Hab ich keine Waffe? Ja. Ja. Also die Cheats funktionieren nicht, weil sonst hätte ich ja unsterblich. Was ist hier jetzt? Komm, jetzt kommt der. Komm her. Ach, komm. Ah, nee, jetzt kommt der Nächste. Und ich lebe noch. Und ich lebe noch. Hoppla, was? Was? Ich lebe noch. Was hat der gerade verkündet? Jetzt kommt der Nächste. Jetzt kommt der Nächste. Jetzt kommt der Nächste. Gut, kann ich den auch. Ja, uch, jetzt kommt der auch. Ah, nee, kommt da also unendlich viele, oder wie? Nee. Ist das jetzt so eine unendliche? Wie, was? Drei Gruben noch? Hab ich jetzt gefunden. Ah, komm. Ich bin nicht tot. Jetzt, nee, jetzt mach ich nicht mehr. Äh. Kommt da jetzt unendlich viele. Jetzt kommt die Musik. Ja, das ist aber schon das nächste Level. Ähm. Warte, sagen wir, ein paar Minuten haben wir noch, oder? Äh, pfff, gut. Stühleflaschentische. Dann geht's weiter durch die Tür hinter der Bar rechts neben der Bühne. Oh, wei, oh, wei. Hinter der Bühne? Was? Wo? Dann geht's weiter durch die Tür hinter der Bar. Hinter der Bar rechts neben der Bühne. Hinter der Bar rechts neben der Bühne. Rechts in der Bühne. Hinter der Bar. Rechts da. Da, oder? Jetzt kommen wieder einer, oder? Oh, oh. Wuch. Da ist zu. Da und da, oder? Aha. Komm, ich mach jetzt nicht mal lang hoch, ja. Äh, and now. Warte. Äh, neben den beiden Kerlen in den Smokings geht's über drei Leitern hoch bis zu einem Schwertkämpfer. Dem entreißen wir nach einem kurzen, aggressiven Gespräch sein Schwert und weiter geht's über drei Leitern. Ich hoffe, jetzt schießt sie weg hier wieder. Drei Leitern, wo sind denn da Leitern? Kann man das kaputt machen? Kann man nicht? Warte, drei Leitern. Hä? Äh, da sind drei Leitern. Gut, wie, bin ich denn aufgestellt? Gar nicht. Ach, das sagt er jetzt wieder nicht. Der Tolle. Medikid-Shoppler. Ähm. Medikid, sag ich mal, was haben wir denn? Medikid 1, oh weih, 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 Feldflasche. Oh, oh. Feldflasche. Vielleicht schaffen wir das Level hier noch. Ähm, zwei, die Luger oder irgendein so ein Kack. Warte. Luger, hä, wie. Die, die behalte ich, oder? Die behalte ich. Ja, gut. Drei Leitern, sonst ist da nix, oder? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das auch nicht. Das funktioniert nicht. Gut, Freunde. Also, das mit den Cheats funktioniert anscheinend nicht. Also, anscheinend bei manchen, ich glaube, noch nicht mal unendlich Munition geht. Huch, jetzt kommt irgendwas. Oh, da ist die Kollegin. Muss ich, muss ich kann nicht, glaube ich soll jetzt, wo muss ich hin? Drei Leitern. Also, noch eine, oder? Entlau. Huch. Gibt's da raus, oder wie? Was, ich lebe noch? Ah, der hat... Ah, der hat... Jetzt muss man das nehmen, oder wie? Wurfmesser. Ist da noch was? Nee, da ist nix. Wurfmesser. Oh, schicke Sache hier. Hallo. Ähm. Wo muss ich jetzt hin? Huch, jetzt kommt da einer. Muss ich das jetzt werfen? Warte, was sagt meine? Ähm. Schwerkämpfer, dem erreist, entreißt man sein Schwert. Was? Zwei Schwertfutzis. Später kommt man zu einem Hebel. Dann durch die graue Tür. Nee, ich will was anderes. Kommt, Lüger. Äh, wo ist er, ne? Äh, da ist er. Äh, da hinten jetzt, oder? Nee, da raus, oder? Ja, was liegt denn da? Was ist denn das? Was ist denn das? Eisenhautdrank. Oh, nee. Ja, toll, da steht nix in meiner Lösung. Eisenhautdrank. Muss ich den? Was ist mit dem? Eisenhautdrank. Äh, da steht nix in der Lösung. Äh. Eisenhautdrank. Der macht mich irgendwie, was macht der? Da werde ich stärker. Sollen wir, ja, warten wir den nochmal weg, oder? Äh, was habe ich denn jetzt? Thomsen. Hä? Wie wollte die andere? Äh, Eisenhautdrank. Da stand jetzt aber nix in der... Da ist einer. Äh, der hat, der hat auch Eisenhautdrank, oder so, komm. Äh, der währt das mit der Dimmracht jetzt, aber nix, nix mehr. Muss ja alles einsammeln, ja. Eisenhaut, das hätten die mir vorher sammeln. Eisenhautdrank. Jetzt habe ich schon wieder das Dreckswurfnäßer. Ach, komm. Juga. Also, die Cheats funktionieren nicht, das kann man schon mal definitiv sagen. Witzig. Äh, and now. Warte. Hebel. Achso, huch. Kommt einer. Hebel. Was macht der? Warte. Eisner. Ähm. Hebel. Sollen wir den hebeln, oder wie? Müssen wir den hebeln? Ja, komm. Jetzt ist da noch ein Hebel, oder wie? Oder was? Hä? Und jetzt? Was ist jetzt kaputt? Den kann man nur einmal ziehen, ne? Muss man den einmal, hat man den. Huch, ne. Hä? Hebel. Ach, scheiße. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Ähm. Dann durch die graue Tür und die Treppe runter. Graue Tür. Treppe runter. Ah, jetzt kommt der Hebel. Und jetzt? Äh, durch die rote Tür kommt man nun auf den... Losen kommen. Äh, hä? Huch. Huch, huch, huch. Aha, da war der vorhin, oder wie? Hm, hm. Losengang. Losengang? Vielleicht schaffen wir das leider noch. Ähm. Losengang. In der zweiten Loge, rechts steht ein Feind. Und, auf dem Podest ein Artefakt. Zweite Loge, rechts steht ein... Na prima. So gefällt mir das schon besser. Äh. Dreckswurfmesser. Will keiner. Ah, das ist ein Artefakt. Komm. Sehr gut. So, jetzt haben wir das Artefakt. In der vierten Loge, rechts steht ein weiterer Feind. Und durch die Tür links gesellen sich noch zwei... Oh, komm. Dann. Dann durch die Tür, die Treppe runter. Wo bin ich denn? Oh, hey, hallo. Ja, jetzt komm. Ich bin süß, Drecks. Hm. Lufmesser. Äh, Luger. Ja, mit der Luger. Jetzt kommt einer. Hm. Da ist keiner. Da ist... Ne, das war die dritte, in der vierten, oder? In der vierten, komm, einer, oder? Toll, das Spiel. Ah, du, Bücher. Jetzt kommt noch einer. Ist da auch wieder ein Eisenhaut dran. Jetzt werde ich langsam gierig. Jetzt will ich die Tränke. Da steht auch nichts in der tollen Lösung. Jetzt kommen noch zwei. Der murmelt einen Scheiß. Hoppla. Ja. Ah, du, 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 büs, 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 büs. Ja! Jetzt hab ich keine Waffe mehr. Oh, komm. einen haben wir, zwei haben wir, hey das war jetzt ohne eisenhart dran, kackmesser, ne ich will das da, nougat, jetzt speichern, freunde, drecksmesser brauchen wir nicht, entschuldige für meine ausdrucksweise, aber darf man ruhig auch mal sagen, komm wir sind über 18, so jetzt, wo gehen wir jetzt hin, da nicht, oder ist da noch einer, äh, Pause, speichern, dann durch die Tür, die Treppe runter, Brunnen, oi oi oi, aber warte, ähm, ja ne, achso, Tür, Treppe, Brunnen runter, Treppe rauf, dann, was ist da hinten, kaputt, nix mit Schlöse, gut, Brunnen, Brunnen, bin ich kaputt, cie, aber ohne Cheat, hey, hallo, Cheats gehen ja eh nicht, Brunnein, ja, hallo, nimm's halt, jetzt sind so kommen du sollst es auch prima weg mit dem ding luga ja ich lerne es schon noch nein ich lerne es nicht aber eigentlich ein blindes huhn findet was sage ich jetzt blindes huhn findet auch mal panzerschrecken oder irgendwas alles oder jetzt lässt er die fallen das ist klar and now freunde brunnen und durch die doppeltür zurück in den saal doppeltür das sind zwei doppeltüren das funktioniert nicht na gut doppeltür ich glaube wir haben es gleich und jetzt ist da irgendwo ein hebel rechts neben der bühne jetzt am hebel ziehen oder warte da gibt es nix mehr oder hoppla ich sage jetzt nicht dass ich das level schafft hier gut hebel ziehen es kommt einer hier willst du sagen die 8 da geht es doch jetzt geht es daraus oder weiterkommt einer also sag mal hey das ist ja opera backstage bereich von tombraider 2 kennst du tombraider 2 opera backstage gut drüben doppeltür saal bühne hebel vorhang kellner mauser ist der hin pistole munition einstecken und rechts die leiter hoch jetzt habe ich dann alles kaputt ist ich lerne es noch irgendwann geht es genau jetzt nicht so die leid darauf oder dort das ist funktion da die leute da wo sie sind da und es ist aber da was kaputt haben was ist dahinter nichts wie zu sehen ich sage jetzt etwas dahinter jetzt komme ich nicht mal raus jeder 6 immer jetzt die leiter waren operer waren sind dieses wien naja nicht aber aber die opa gibt es auch in bräder 2 mit fragen auf und zur scherze wahnsinn da schaffen wir es 20 schaffen wir es gerade noch wo jetzt jetzt da ist da die tür das entschuldige das ist aber naja gut opera sieht natürlich halbwegs gleich immer aus und jetzt da raus und dann fertig oder wie weiter hoch oben geht es über zwei seile auf die nächste platte jetzt kacke ich ab auf die nächste plattform und durch die türen sich selbst wird sei sei ach da und jetzt kommt noch einer muss jetzt durch die warte und durch die türen was ist denn da oben hoch da stürzt sich ob die immer wieder runter jetzt da rein oder komm ja ja ich hab soll da so jetzt haben wir aber auf also was ist hier kaputt das ist aber ein kurzes level kommt das ist egal golden lotus part 2 also was haben wir hier hatte kommt ob ich kann jetzt thompson mit 7 so lang es geht denn dort hoch hoch jetzt einfach weiter oder einfach weiter oder tschuldige einfach mal weiter hoppla was muss ich da morgen so gefällt mir das schon komm eh nix ey Idiot hab ich jetzt verstanden die hat unendlich Munition oder? also wenn irgendein Cheat mal ginge dann geht es mir schon reichen dann alle Treppen runter unten im Keller sind die Kerle durch eine kleine Tür Tür links kommt man in einen umkleideraum kleine Tür links kleine Tür links warte wo ist ein links ist das links umkleideraum da muss ein Artefakt noch sein warte ah da ist ein Spiegel kann man den einschießen was umkleideraum wo auf dem Tisch ein Artefakt und ein gibt da ist es nicht das hier Arte wo ist denn der Drecks unkleideraum da jetzt hat er da eben noch da ah golden das da oder warte huch da ist ein Spiegel Medikit ah das hat bingo long shun das wahnsinn Spiegel schon her ich glaub es wird äh ähm 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 Artefakt Medikit wieder raus und weiter durch die Grau Doppeltür und in 16 Level da haben wir das jetzt oh ne auch noch da hätten wir fast genau eine halbe Stunde so und jetzt da hinten raus oder komm äh äh ist da jetzt aber kein Eisenhautdrang mehr oder so oder was ist denn das fürn Kack hier das was ist denn das da warte ach das war die Schrotfilme oder oder oh nächstes Level schon jetzt kommt uh streets of Hong Kong auweia dickklau oh ne da ist sie schon neben oh scheiße jetzt hören wir uh ähm Dr. Jones nehme ich an? ja wer zum Teufel sind Sie? mein Name ist Uhan jetzt hören wir aber auf ja Sie haben Sie verpasst was Sie nicht sagen bitte steigen Sie ein wir müssen uns beeilen haben Sie kein Auto? ok huch ja da hören wir jetzt aber da machen wir jetzt hm hm raus machen wir jetzt raus gell warte in der im schießen warte verdammt achso warte ne warte 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 ah einen haben wir schon oh ich bin tot oh ich bin tot ah einen aber haben wir dem nicht bereiten haben wir geschießen oder ne herz ja oh hm 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 was was war da grad für ne Meldung? Artefakt verloren ne was Chinese Seal ne war das grad ah ich bin tot kann man die Artefakte nachträglich nochmal holen? mit Levelwiederholung? oder wie? ich muss ja alles dann nochmal spielen oder wie? ok und auf ok ok wie lange geht das? 3 Stunden oh 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 und ins Würdigkeit geht und wie? ne kippt ne und auf nett ah ne ah ne Da war aber irgendwas für Artefakt, oder? So eine Meldung. Ja, ich hab's ja auch. Und jetzt? Was ist jetzt? Äh, müssen wir es jetzt nochmal machen? Irgendwie rum und runden stimmt irgendwie nicht ganz. Nächster. Wie lange muss ich ein Besseres machen? Aha, muss eigentlich nur links-rechts, oder? Also, dafür scheine ich unendlich Munition zu haben. Aber ich bin nicht unsterblich. Mhm. Wie lange geht das noch? Drei Jahre? Hm. Wie viel Jahre? Jetzt? Wie viel Jahre geht das? Äh. Gut, mir tut so ein Daumen, nee. Wir sind gut gut. Oh, komm. Nö. Immer ist auch interessant. Lustig. Wir fahren diese Allee hinunter und schneiden ihn an den Docks den Weg ab. Ach, komm. Witzig. Let. Oh, nee. U-Boot. Wo ist es jetzt? Mhm. Aha. Ach so. Das war's jetzt, oder? Peng Lai Lagoon. Komm jetzt. Oh gut. Dann lassen wir das mal laufen hier. Lassen wir das. Da kommt jetzt ein längeres Video, oder? Dann lassen wir das noch, lassen wir das hier noch laufen und dann machen wir Pause. Yellow Sea, oh. Yellow Submarine kenne ich. Warte, let's... Ah, jetzt kommt ein Video, oder? Oh, nee. Nicht schon wieder. Kai's Festung ist ein viele hundert Jahre altes Schloss am höchsten Punkt der Insel Peng Lai. Ich nehme nicht an, dass es einen Aufzug gibt. Nein, natürlich nicht. Aber eine Seilbahn, das ist doch auch nicht schlecht, oder? So einfach kann es nicht sein. Ganz richtig. Ist es auch nicht. Denn die Talstation der Seilbahn ist in der Unterwasserbasis der Deutschen. Oh, 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 da ist einer. Hm. Achso, das soll man sich jetzt merken. Oh, nee. Und ich bin ein Underwaterer. Ach, kack. Und die schießen ja hier auf mich, oder? Ja, aber jetzt machen wir aus. Oh, oh. Das sieht ja schick aus. Holla. Jetzt gehen wir mal irgendwo an Land. Da ist ein Deutsch hier. Gut, Freunde, jetzt machen wir aber Pause. Oh, da ist ein Haifisch. Oh, krumm. Komm, jetzt komme ich da mit uns raus. Da komme ich raus, oder? Gehen wir da mal raus und machen. Bloß, dass wir mal an Land sind hier. Ah. Schicke Sache. Toi, toi, toi. Das machen wir noch kaputt. Dass wir noch einen Zaubertrank hier kriegen. Komm, habe ich jetzt... Also was, Eisenhaut tragen, habe ich jetzt. Oder habe ich den immer noch? Wie oft? Wie kann man den nur einmal? Jetzt ist er weg. Ach, komm. Ist der jetzt weg, oder wie? Das mache ich nicht mehr. Gut, Freunde. Okay. Okay. Okay, dann machen wir da Schluss für heute bei einem schicken Abschlussbildschirm hier. Das erinnert mich jetzt an TR3, Directors Cut, Sleeping with the Fish. Da ist auch so eine Unterwasser-Tauchglocke da. Okay, Freunde. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich spiele jetzt wieder Mittelerde weiter. Heute, heute noch Mittelerde. Ähm, Middle-Earth. Da noch ein bisschen weiterspielen. Okay, dann tschüss, bis morgen.